Georg Löwisch vom Cicero in Berlin freut sich darauf, seine Meinung zum neuen Nachrichten-Skandal hier bei Phoenix äußern zu dürfen. Guten Morgen, Herr Löwisch. Bonjour. Bonjour. Nun steht ja der Vorwurf spätestens seit gestern im Raum, dass das Innenressort gewissermaßen gelogen hat oder zumindest die Unwahrheit gesagt hat bei der parlamentarischen Anfrage der Linken. Da hat das Innenressort vor zwei Wochen eine Anfrage damit beantwortet, man habe keinerlei Erkenntnisse über amerikanische Wirtschaftsspionage in Deutschland. Da war das dem Kanzleramt aber schon längst bekannt. Wird das jetzt der politische Sagnagel für Thomas de Maizière, der ja eh angeschlagen ist? Das wird sich zeigen. Ich finde besonders interessant in diesem Fall ist, dass der Sprecher von Angela Merkel, Steffen Seibert, in einer Pressemitteilung vor einer Woche selber darauf hingewiesen hat, auf diese parlamentarische Anfrage und die Frage in den Raum gestellt hat, ob man die jetzt vielleicht revidieren müsste. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass die Linksfraktion und auch die Journalisten da gleich drauf geguckt haben. De Maizière ist allmählich so etwas wie der Prügelknabe der Bundesregierung. Das muss man wirklich sagen. Zuerst die Geschichte mit dem G36 Sturmgewehr von Heckler & Koch und jetzt diese Geschichte. Das ist wirklich erstaunlich. Liegt auch ein bisschen daran, wie er agiert. Während Angela Merkel und auch Ursula von der Leyen so einen Trick anwenden, die machen sich selber zu den größten Aufklärerinnen ihrer eigenen Affären, dann ist es bei De Maizière eher so, dass er ein bisschen beamtisch reagiert und auch wie gestern sagt, ja, ich möchte gern was sagen, kann aber nichts sagen. Und dann kommt er immer mehr in die Defensive. Das hängt auch so ein bisschen mit seinem Verständnis von Politik zusammen. Und ja, also leicht hat das nicht. So viel kann man schon sagen. Es gibt ja immer gern den, sagen wir mal, braven Behördenchef, der sich auch in diesem Fall auf seine Verschwiegenheitspflicht und geheime Dokumente beruft. Trotzdem spricht er ja von Unterstellungen, die nicht wahr seien. Aber warum sie nicht wahr sind, das könne er angeblich nicht sagen. Verstehen Sie diese Verteidigungsstrategie des Innenministers? Nein, das ist eben, wie gesagt, sein Verständnis. Bestimmte Sachen gehören in die Öffentlichkeit und bestimmte Sachen in die Gremien und bestimmte Sachen in die Behörde. Natürlich hat er da formal recht, aber er hat in dem großen politischen Theater Berlin da wenig Chancen. Er muss offensiver sein und das hat ja auch ganz schön gedauert, bis er sich dann geäußert hat. Er hat gestern davon gesprochen, dass er an einer vollumfänglichen Aufklärung Interesse hat. Und das kam mir bekannt vor. Das hat nämlich Jürgen Fitschen in den letzten Monaten immer wieder gesagt von der Deutschen Bank. Und wo der jetzt gelandet ist, so von seinem Standing und von seiner Position in der Öffentlichkeit, sehen wir ja. Sie haben selber schon gerade Angela Merkel angesprochen. Die guckt sich das Ganze ja wie immer an, als würde es sie persönlich gar nicht betreffen. Verlangt staatsmännisch oder staatsfraulich lückenlose Aufklärung. Wie schafft sie es, sich immer wieder auch aus dieser Affäre zu ziehen? Ja, Angela Merkel ist nie schuld. Sie schafft es ganz gut, immer so Erfolge sich aufs Konto gutschreiben zu lassen. Aber sie hat irgendwie kein Minuskonto. Das delegiert sie dann immer in die Ressorts. Oder in dem Fall, dafür gibt es dann eben einen Kanzleramtschef. Das ist wirklich ein Phänomen. Was sagt denn diese Affäre aus über das Verhältnis zwischen Berlin und Washington? Ist die Bundesregierung nicht in letzter Instanz erpressbar, weil eben abhängig von amerikanischen Informationen zur Terrorgefahr auch in Deutschland? Ja, warum macht man denn geheimdienstliche Zusammenarbeit? Weil das im eigenen Interesse ist und nicht aus Freundschaftlichkeit. Und das, was jetzt hier im Raum steht, also Spionage gegen europäische Rüstungsunternehmen vielleicht, aber auch gegen französische Politiker, gegen Institutionen der Europäischen Union, das kann ja wohl nicht im deutschen Interesse sein. Und tja, dann müsste die Bundesregierung vielleicht ein wenig Selbstbewusstsein auftreten. So ist das wirklich sehr zahm. Und ich glaube auch, dass in Washington die Empfindlichkeiten gar nicht so hoch wären. Dort gibt es auch Geheimdienstskandale, dort gibt es auch hartfragende, durchaus härter als in Berlin, fragende Politikerinnen und Politiker im Kongress. Und da könnte man ruhig mal ein bisschen selbstbewusster nach Washington blicken oder telefonieren. Die Meinung von Georg Löwisch vom Cicero. Vielen Dank und noch einen schönen Tag nach Berlin. Vielen Dank.